It's your boy Skinny Pee. Guten Tag meine Damen und Herren, es gibt eine Info und zwar habe ich jetzt ein anderes Mikrofon als sonst. Gestern Nacht hat sich ein Problem aufgetan, das ich so nicht beheben konnte, weil ich mich auch viel zu wenig auskenne mit dem vorhandenen Mikrofon. Und zwar war das ein XLR oder ist ein XLR Mikrofon. Das hier, das T-Bone SC 400, ja 400 und die ganze Sache hat ziemlich viel Peripherie. Einmal das hier und das hier und noch ein drittes kleines Gerät, ungefähr so groß, das ist da hinten ein bisschen unzugänglich, deswegen hole ich es jetzt nicht. Das heißt, es gibt drei, beziehungsweise mit dem Mikrofon vier Geräte und dazwischen sind ganz viele Kabel, an denen dieser Fehler liegen könnte. Ich habe dann heute Nacht, nachdem wir eine Runde gezockt hatten und die Mails gesagt haben, ich muss unbedingt mein Mikrofon fixen, versucht es zu fixen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass da ziemlich viel Scheiß vorgeht in den Dingern und ich mich halt so gut wie auch gar nicht auskenne damit. Ich wurde damals angeleitet, als ich mir das alles gekauft habe und zusammengesteckt habe und das war's. Ich gehe stark davon aus, dass es nicht am Mikrofon liegt, sondern an irgendwas dazwischen. Aber ich konnte nicht herausfinden, was es ist und habe jetzt auch nicht die Zeit und auch nicht das Geld, einfach jedes Teil nachzukaufen, weil die waren nicht so günstig. So, ein neues Mikrofon ist aber auch erst langsam gekauft, gerade jetzt zu Corona-Zeiten dauern manche Lieferungen ein bis zwei Wochen. Die einzige Lösung, die ich also gehabt hätte, wäre mit diesem Mikrofon und zwar hier so ein ganz winziges Lavalier-Mikrofon damit zu sprechen. Das hätte ich mir hier vorne an das Ding dran gemacht und dann hättet ihr mich hören können, aber ich hätte halt wie aus der Dose geklungen. Beziehungsweise, es ist schon etwas besser, aber trotzdem ist es nichts, mit dem man halt einen Podcast, einen Stream oder sonst was machen kann. Zum Glück kam Sperling, der Retter, der Erretteten und hat mir sein Marant, da ist noch ein Buchstabe da vorne dran, ausgeliehen. Er braucht es gerade nicht, ich kann das nehmen, bis ich ein neues Mikrofon habe und ich denke, die Qualität sollte auf jeden Fall ausreichen. Wenn man da ein bisschen an einem Kompressor oder Equalizer oder sowas rumdreht, kriegt man wahrscheinlich genau dieselbe Qualität hin, wie mit dem Ding uneingestellt. Also ich weiß, dass man mit diesen XLR-Teilen sehr, 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 sehr viel machen kann und auch einfach an sonstige Sachen anschließen kann, aber ja, ich habe mich damit halt nicht befasst bis jetzt. Deswegen hat für mich so ein Mikrofon auf jeden Fall einen Vorteil und zwar den Plug-and-Play-Vorteil und den kann ich jetzt zum Glück nutzen, das heißt, der Stream wird ganz normal stattfinden. Ihr wusstet gar nicht, das ist sogar in der Schwäbe hing kurz. Ja, um 18 Uhr sehen wir uns. Haut da rein, glaube ich, wo ihr geht dann weiter und so, ihr wisst, wie der Hasel läuft. Bis gleich, ich freue mich auf euch und ihr müsst mich dann auf jeden Fall trösten, weil ich war echt jetzt, ich habe die Nacht fast nicht geschlafen. Die ganze Zeit diesen Scheiß, also mein altes Mikrofon gesucht, oben im Speicher, der nicht bestromt ist, der nicht beleuchtet ist, mit Taschenlampen bin ich da rum. Das war keine schöne Nacht und über den Tag wusste ich halt auch durchgehend, der Stream rückt immer näher und ich habe nichts, bis auf diesen Mini-Nippel, mit dem ich mit euch sprechen kann. Bis gleich.